Ich habe versucht, Sie davor zu warnen. Cortana dient uns nicht mehr, Captain. Sie ist eine Gefahr. Sie hat Zugriff auf die Domäne der Blutsväter. Ein galaxieweites Netzwerk, mit dem sie kontrollieren kann, was auch immer diesen Schaden anrichtete. Wie hat sie... Der Master Chief glaubt, sie hat ihn kontaktiert. Was? Nein. John darf nicht mit ihr sprechen. Und jetzt ist er auf der Suche nachher. Sie ließen ihn gehen? Wie ist das... Niemand schreibt dem Chief was vor. Er macht, was er will. Bis 6.31 Uhr heute Morgen, als er sich unerlaubt entfernte. Es geht hier nicht um den Master Chief. John ist emotional nicht in der Lage, sie als Bedrohung zu sehen. Hey! Würde mir mal jemand antworten? Du gehst zu weit, Roland. Ja, Sir. Aber alle anderen auch. Sie erschufen Cortana und... Nun unterschreiben Sie mit diesen Anschuldigungen Ihr Todesurteil. Roland. Sie glauben, der Master Chief hätte wegen ihr seinen Posten verlassen? Bei allem Respekt, Sir. Warum? Warum ist Cortana das Problem? Weil sie sich geweigert hat, zu sterben, als sie sollte? Kannst du damit leben? Ist nicht nur irgendein weiteres Ziel. Jedes Ziel ist nur ein weiteres Ziel, Buck. Ja, für dich vielleicht. Die Allianz hat den Planeten 48 verglast. Es war eine UNSC-Kolonie, aber wir sind nie zurückgekehrt. Wird von einem Privatunternehmen geleitet. Sie beseitigen das Glas, machen ihn wieder lebenswert. Warum nehmen wir nochmal den Lift? Weil es sich so gehört. Ich bin in einer Kolonie wie Meridian aufgewachsen. Die Leute hier wollen nicht, dass das UNSC einfach so in ihrer Stadt landet. Sie sehen das als Akt der Aggression. Apropos Akt der Aggression. Das sind Blutsväter-Schiffe. Was zur Hölle machen die Blutsväter hier? Vielleicht sind noch mehr Leute hinter dem Master Chief hier. Wer auch immer da in meinem Lift ist, identifizieren Sie sich. Hier spricht Spartan Jameson Locke, UNSC. Schläger. Allesamt. Und mit wem spreche ich? Hier ist Governor Sloane. Und Sie kann... Der Governor wollte wohl keine Hilfe. Wer kriegt sie so oder so? Hier kommt der Oberstliche von Meridian. Mal ein Kreis auf der Ausstelle. Spartans! Was zur Hölle machen's? Spartans hier! Was geht hier vor? Die Meridian-Station wird angeht. Das ist los für die Widerschütze. Osiris. Die Leute der Station brauchen unsere Hilfe. Meridian-Zentrale. Öffnen Sie die Türen zum Weltraumlift. Es wurde überrannt. Wachen Sie auf, dann können wir helfen. Verflucht, Kyle. Na schon. Na schön. Basis ist abgeregelt. Nichts zu machen. Die Sicherheitssysteme müssen doch abschaltbar sein. Ja, die Bedrohung ausschalten. Dann endet die Abriegelung. Bürger von Meridian. Keine Sitzung wachen und verteidigen Sie unsere Heimat. Aufzugkontrolle. Aktivieren Sie die automatischen Geschütze. Wir versuchen es ja, aber die Tür zum Sicherheitsturm klemmt. Automatische Geschütze könnten nützlich sein. Aufzug! Was soll überall? Von hier oben hat man freie Schussbahn auf einen Generator. Schieß einfach und leg die Stromversorgung lang. Schieß einfach und leg die Stromversorgung lang. Wir wollen jetzt noch nicht ver Behältchen. Es ist das. Es ist das. Oh nein, ich mache die Stromversorgung. Oh nein, ich mache die Stromversorgung. Well, ich mache das. Komm mich mit mir, Max. Dann geht's jetzt nicht. Siehstiblical сказал, klar. Ja, der Ton, der diesen sweatingert partieren ist. Wir gehen mit der Unw namely to haveINS. Oh nein. Der Sound soll da nachgeschaltet sein. Also hier liegt die Kräfte der palabras nicht. Auf der! Die Geschützkontrolle muss hier irgendwo sein. Geschüsse aktiviert. Wer? Spartans? Sie haben die Geschützer aktiviert? Wir sind hier, um zu helfen. Der Springer-Commander ist gerade mit Prometianern aufgekreuzt. Die Schöne zufrieden können sich wieder auf. Das ist die Schöne. Ich habe keine Schöne. Da ist die Schöne. Das ist die Schöne. Ich habe keine Schöne. Du kannst die Schöne. Das sind die Schöne. Und die Schöne ist jetzt nicht so gut. Sieht aus, als war's das. Spartans, war das Ihr Werk? Wir haben nur geholfen. Ihre Leute haben viel geleistet. Die Straße, da führt uns zur Meridian-Station. Fahren wir. Tore sind offen. Mayday! Mayday! Ich stürze auf! McCord River, Bericht. Governor Sloan, die Brücke auf McCord River ist abgerichtet, aber wir werden angegriffen. Was soll denn tun? Sicherstellen, dass die nicht zur Stadt durchdrehen. Wenn Sie die Brücke öffnen, wird der Meridian-Station helfen. Wenn ich sie durchlasse, kommen die Monster hinterher. Vergessen Sie's. Wenn Sie helfen wollen, sichern Sie die Brücke. Zweifel. Die Propaganda über die Spartans stimmen also. Hören Sie, hinter der Brücke, näher an der Stadt, gibt es noch mehr, die Ihre Hilfe brauchen. Wir kümmern uns darum. Na gut, ich öffne Sie. Hier kommt's! Er ist abgewaltig! Aufsitzen und los! Schieße die auf die Aliens oder die Spartans? Die Regeln zu uns und die Spartans helfen uns. Die Soldaten können fahren. Governor Sloan, hier ist Billy aus der Werkstatt. Wir sind eingekesselt. Spartans, meine Leute bei der Werkstatt brauchen ihre Hilfe. Vielleicht wartet ja auch ein Skorpion auf sie. Die haben nen Panzer? Warum haben die nen Panzer? They should go, Vale. Team Garth, wir stehen unter Beschuss. Der Springer hat ein Streugewehr. Achtet auf den Feuerkegel! Der Springer hat ein Streugewehr. Tief Gas, wir stehen unter Beschuss. Wir stehen unter Beschuss. Wir stehen unter Beschuss. Wir stehen unter Beschuss. Billy wird ihn aufmachen. Wir sind hier an einen Skorpion gekommen. Das ist UNSC-Eigentum. Sicherheitsdienst. Private Sicherheitsfirmen sind auf den äußeren Kolonien keine Seltenheit. So schwere Bewaffnung aber schon. Gebiet gesichert. Die Station ist hinter dem Hügel. Sie sind jetzt in der Nähe der Marine-Station. Können Sie zwischen Ihrer Position und der Stadt etwas aufräumen? Natürlich, Captain. Wow, geht schnell von runter von meinem Planeten zu. Können Sie mir helfen? Wenigstens spricht er mit uns. Ist ein Anfang. Wartok steht unter Beschuss. Wartok steht unter Beschuss. Sie sind direkt vor unserer Tür, Spartans. Halten Sie sie nicht von uns fernhalten. Gebiet sicher, Nosyris, damit Sie das Tor öffnen können. Easy. Ich brauche etwas Unterstützung! Was ist das? Sind wir jetzt sicher? Ah, Mist! Da kommen Sie! Los, fahr' wir! Der Mission ist bei den Flugzeug. Der Rang ist von Ihnen verlaufen. Der Mission ist bei den Flugzeug. Jihy, ich weiß nicht, wie die Fläten sind. Nicht wahr, wenn ich das nicht getroffen werde. Was ist das für den Flugzeugzeug? Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Da schleichen doch einige dieser Dinger raus, Baros. Sieht aus, uns hätten sie es geschafft. Hätte mir nie träumen lassen, dem UNSC mal für was zu danken, aber... Vielen Dank, Baros. Kommen Sie rein. Raus auf dem Skab jetzt.